ein 3er und ein 2er premade team... naja wenn du Pay drückst siehst du es nicht aber das ist komisch wie viele matchs haben wir bis jetzt gewonnen wenn ich ein solcher gespielt habe fast alle oder ich sollte beim solcher bleiben oder beim solcher oder bei der fairer okay und wenn wir die richtig gut als sechser team sind ist es auch mit dem bestchen machbar ja aber irgendwie heute die matches die wir gespielt haben menschen solcher gespielt habe haben wir irgendwie... weiß nicht... kann doch nur einbildung sein alles kaputt machen nix für die anderen spacken gefrisch lassen nachher ich wollte gerade sagen guck mal product placement aber ist doch kein product placement sonst sahen nach einer red bulldozer aus ein heiler? hier oben stehen die bestchen ich down ja ich hab sie gecailt gar nicht mal so schlecht was er vorhin da gemacht hat das denn was denn? ich hab das Gefühl das lag mehr seit dem update irgendwas passiert und du siehst es nicht irgendwas passiert und du siehst es nicht ich bin nur einside und könnt hilfe gebrauchen Okay ich... Auf jeden Fall hat die Mai schon mal ihre Ult verkackt. Ich hab sie dazu gezwungen. Willeporter ist draußen. Oh mein Headset ist schon wieder, ich hab sie vom Ladegerät abgeschwungen, hätte ich nicht mehr dürfen. Oh da ist noch 5 Lebenspunkte, ich f- Drei Moris! W-W-W-W-W-W-K, bis wir da. W-W-W-W-W-W-W-W, w-W-W-W! Besschen links in der Ecke, vorne Hinten hier? Schau mal unten rein Wolltest da vielleicht einer von hinten hochkommen Der ist am Fenster drin, das ist ja auftretlich Hinter mir, Gaia, what are you doing? Ich brauche meinen Geschütz wieder, hochgespacht Ja, da war halt unter dir die Mai, schade Aber den haben wir den Punkt, oder? Ja, den haben wir Und die sind alle voller Autos besuchen Super! Super! Herzlichen Glückwunsch! Ach, ich hasse mich dafür Unsere, oder? Ja! Hier hinten kommt die Feuerwehr Mai! Ken! Nice! Was für ein Arsch gerettet hat der 60 HP! Hohohohohoho Nice Oh krass, wir haben noch 5 Minuten dann Ja, der Rush auf den zweiten Punkt war extrem geil gerade Ich bin einfach so durchgeflogen in meiner Diva Ja, ich hab vorher meine Ulti halt gezogen Und hab's halt verkackt, weil kein Schwanz da war, aber Ging! Komm du komischer Can Ich bin Türke, weil da Direkt schon mal alleine dafür ein Report machen Weißt du, Report, Reason, Gündogan Anhänger oder so? Also nicht Gündogan, Erdogan Guck auf Gündogan, ey Guck auf Gündogan, ey Keine Wäschen dabei? Brauchen wir nicht Okay Soll ich uns bald aufbauen, lieber? Jaja, mach ruhig Ich wette mit dir die Jackins nicht, dass ich hinter denen gleich bin Ich werd mich nämlich schön verstecken Ey, wie oft ich heute die Leute backsteppe mit dem Soldier 5 4 3 2 1 Attacter Woher weiß er denn, dass ich hinter ihm bin? Oh, oh, ich muss hier rein, ich muss hier rein. Huiuiui. Boah. Daniel, Snipe is down. Daniel, Snipe is down. Best im Angriff, okay. Links rein, links rein. Ja, war nur ne Diva, die mach ich platt. Wir machen die platt. Nice. Na gut, du hast geholfen. Na gut, ja. Musste, sonst hättest es ja nicht geschafft. Hust, hust. Teleporter online. I have only the last. My ultimate is charging. Ist ja einer gestorben, oder? Noch nicht. Die war durch, rechts. Nichts. 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 Oh, mein Telefon. Ich bin nicht mehr mit Gehl, das ist die erste enjoying. Tritt ist weg Okay, ich mach deine Zwischenstellung, jetzt am Schaden Genji Hm, der ist vorne Ah, hilf! Oh egal, ist okay bei dir? Ja, Toto ist down Hier aber nicht Ja, der Genji ist slow Genji down, ich glaub's ja nicht, ich hab mal einen Genji gekillt Wenn man die Geschütze hier on-spot aufbaust In der Zeit glaub ich etwas mehr, vermute ich mal Oh, what the heck Da kommt irgendwo ne Genji wieder Ja, Soldier ist auch durch Diva auch durch Teleporter ist under attack Teleporter sind die Ja, ist ne Diva durch Enten ist ein Soldier, aber der kommt nicht Aber die kriege ich Aber die kriege ich Aber die kriege ich Aber die kriege ich Noch nicht, aber gleich Ja okay, bis dahin bin ich schon längst da Das Problem ist, dass die da den Punkt auch eingenommen haben Bitte nicht Ja, vielleicht doch Der Hurensohn hat mich rausgeschleudert Ich glaub's ja nicht Ich glaub's ja nicht Ich glaub's ja nicht Ich glaub's ja nicht Was, die sind schon bei uns? Naja, alles safe Die kommen durch die Mitte Wir würden gleich Besuch bekommen ja von unten kommt sie gleich ich versuche mal hier ein bisschen im kreis zu sprengen ja sie kriegen mich nicht die loops jetzt haben sie mich denn der fang ist afk oder was jetzt läuft er nach fünf jahren er ist immer noch afk in der ecke steht der soldier mann alter halt noch ein bisschen ich hab meine ulti zu spät die haben weniger zeit als wir bringt uns auch nix wenn wir jetzt nicht auf den spot kommen gleich gibt es essen und fertig sein ich strecke nicht mal an warte 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 ja ok ich habe in kills leider kein gold aber in damage habe ich gold ich habe das zweite habe ich glaube ich wollte objektive kills ja ist ja auch keine kunst und job ich habe nicht job davor hat es aber den job und das ist objektiv obwohl du kannst ja auch mit dem dingst die objektiv geltern habe ich zwei warum kann man nicht dieses pingpong ding kaputt machen das ganze zerstören nur dieses spiel ich glaube für die fahrer kaufe ich mir einen neuen emote und einen neuen spruch obwohl ich sprüche habe ich glaube ich alle für die macht warte sie was sie sie auch mal sie 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 Was ist das? ich weiß aber ich auch wo kann mich die ferra denn bitte finden alle hat jetzt gesehen von wo ich ein beschen abgeschossen habe die schlampe was ist denn das mit der ferra von denen die schiedet doch sie findet mich jedes mal sofort weil den ihre märz jetzt selbst hat begangen ja das hinter punkt ist er oder war er ist immer noch der roter kam gerade raus das ist nicht klug was ich da mache aber egal ich hatte noch zwei hp und meine ulti da reingezendet zähne neben uns zwei und sofort was auf das schon ist da und Hat der Rodog einen Abgang gemacht? Oh, das tut mir aber leid für ihn Der Heiland kommt rechts Wir haben ihn nicht hinlaufen Wer kommt jetzt sonst? Ich flieg weiter Ja Vorsicht, links steht die Fahrer Die waren gerade dabei, Laser aufzubauen, alle? Die Laser-Aule ist down Das ist oben rechts Nein, der ist da noch Der ist low, der ist ultra low Nice, der ist tot Bauen Turret auf This Farah is on fire Was? Hat die deinen Reifen gefickt oder was? Die Tatsache Ja Egal, ich hab die Farah von denen gekillt mit meiner Ult Heilerin ist down Da steht ne Turret an der Treppe unten Schau, warte, du läufst genau drauf zu La 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 Er bleiche Ulti Ich wollte ja eigentlich nie wieder dieses komische goldene M-Zeug fressen, ne? Nachdem ich davon gekotzt hab Hahahaha In range of the objective, more luck on you Unter der Omega, ist einer Ja, sie ist Turret down Die Farah, kill die Farah Also ein Dreckslucio, den können wir echt für AFK melden. Scheiße. Ja, den melden jetzt auch für AFK. Steht ja schon wieder AFK rum, oder was? War's ein Wacker? Ich war schon wieder in der Hauptbase am Anfang an, nachdem die Scheiße rum war. Wir müssen zwei oder drei Minuten nur. Wie hieß'n da unser Lucio? Nef Angel. Kannst du das jetzt direkt aus der Dings machen, ne? Jaja, kannst du, du kannst jetzt direkt da auf den Pfeil klicken. Ok, du hast den... Da nehm' ich... Was hast du? Nee. Warum hab ich das Geschwätzchen hier auch gebraucht? Weil der Dumme ist. Warum, warum? Warum? Attackers incoming in 30 seconds. Ich bin auf der Nummer! Ich bin hier in 15, 20. Ich bin hier in 15, 21. 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 Dafür bin ich heute Abend die Nummer so knapp. rechts durch rechts durch wo hat denn er seine turret aufgebaut der lappen jetzt baut er sie erst auf wenn sie die war schon wenn du winde oben fahr auch durch fahr auch mach ich mal nicht weg du bist doch nicht weg du bist doch erschrocken oder was ja achso Windo, der durch, der Genji. Ja, warte, ich versteck mich. Ich will nämlich nicht sterben. Und der Fahrrad hat auch. Link, Seite hinter dir, Stefan, links. Heilaren ist hier noch. Oh, Heilaren Fahrer. Wiederlebt alles. Maaan. Leporter steht noch. Ja, noch, ich komm durch, zack, zack, tot. Ey, warum zündet der denn seine Ulti? Ist ja ein bisschen Kernbehindert oder so. Nutsche, eineinhalb Minuten. Wollte machbar sein. Drei Stück, drei Stück. Nice. Ein Teamkill, what? Sorry. Bindo, Genji ist hier. Face startet Overwatch. Ja, wir wollen nur ein Spiel, nur. Genji, du n... Bitch, comment. The idiot hat dann eben gehauen. Ja, nice. Nix nice, noch haben wir. Jetzt. Jetzt entscheidet die Münze. Wir gewinnen. Können wir bitte jetzt ein Schild, eine Mercy und ein Bastion nehmen, dass wir gewinnen? Mercy haben wir nicht. Nee, der Neve Angel. Lass ihn doch mal ausreden. Nein, direkt Vollflame. Eineinhalb Minuten wieder, oder? Was hat der jetzt vor? Der hat jetzt Lucio uns Speedboost gegeben zum Teil, ist jetzt zurückgerannt und kommt jetzt mit der Mercy wieder. Ah, okay. Mach ich mal jeden bei dem Health Pack ein bisschen auf. Das liegt ja ganz anders. Jetzt steht er aber falsch da vorne. Stefan, tu mir den Gefallen und dreh dich bitte nicht weg. Ja, tu mir den Gefallen bitte. 500, 400, 300, 200, 8, 9. Ja, die weg, die ruhig weg. Hier rechts, direkt rechts. Links auch. Mercy kommt nach. Die Mercy ist nicht dauernd, fuck. Die Proter ab. 200. 200, 100, hier rechts. Die laufen alle einzeln rein, das haben wir. Die Mercy kommt. Bei dir, Omega. Carried by coinflip. Sex, please. Oh, da ist er mit. Dafür kriegt er einen Punkt, der Kerl. Komm. Komm. Achso, jetzt habe ich... Ja, egal. Oha. Bald wieder hier. hier fünf jetzt bin kurz vor der vier